Wer weiß am besten, was das Auge braucht? Wer nicht, das Auge selbst? Wir haben uns von der Natur inspirieren lassen und eine neue Kontaktlinsenpflege entwickelt. Biotrue All-in-One-Lösung, inspiriert von der Natur ihrer Augen. Durch naturinspirierte Innovationen weist Biotrue verschiedene Eigenschaften entsprechend der natürlichen Tränenflüssigkeit auf. Fast so außergewöhnlich wie das Auge selbst. Biotrue liegt im pH-Bereich der gesunden Tränenflüssigkeit. Biotrue enthält Hyaluronat, ein Benetzungsmittel, das entsprechend auch in der Tränenflüssigkeit enthalten ist, um die Kontaktlinsen geschmeidig zu halten. Biotrue bildet ein flüssiges Netzwerk auf der Linsenoberfläche, das Wasser bindet und die Kontaktlinsen mit einer Art feuchtigkeitsspendendem Kissen umhüllt. Biotrue hilft, die antibakterielle Wirkung nützlicher Tränenproteine länger zu bewahren und unterstützt damit die natürliche Keimbekämpfung im Auge. Außerdem kann Biotrue zerfallene Proteinbestandteile, die Ablagerungen auf der Linse bilden können, auflösen und so die Linsenoberfläche sauber und frei halten. Während der Kontaktlinsendesinfektion im Behälter entfaltet Biotrue ein zweistufiges Desinfektionssystem mit hocheffektiver Wirkung. In nur vier Stunden werden Mikroorganismen und Ablagerungen entfernt, ohne der Linse oder dem Auge zu schaden. Biotrue von Bausch und Lomb, inspiriert von der Natur ihrer Augen.